Wie wichtig der Mahlgrad ist, habe ich euch ja schon erzählt. Seid an einer kleinen Hilfe interessiert? Ich bin der Jürgen, ich bin euer Röster und ich erzähle euch hier alles über Kaffee. Gerade bei Schulungen oder wenn Kunden eben zu uns kommen, kommt halt immer wieder so die Frage auf, was ist eigentlich so der ideale Mahlgrad, wie soll ich denn meine Mühle einstellen, ist das denn jetzt auf der Stellung 3 oder auf der Stellung 9? Das ist eben gar nicht so einfach zu beantworten, weil diese Skalen einfach nicht genormt sind. Das heißt, jeder Hersteller hat da so seine eigene Skala und dann ist es auch noch sehr davon abhängig, welche Art von Mühle das ist. Ist es eine Scheibenmühle? Ist es ein Kegelmalwerk und so weiter? Und deswegen kann man eben leider nicht pauschal sagen, dass jetzt 3 immer beispielsweise Filterkaffee ist und 5 ist jetzt irgendwie immer Frenchpress und die 1 ist auf jeden Fall immer Siebträger. Und das, was wir halt so festgestellt haben in unseren Beratungen, ist einfach, wenn wir diese Fühlproben unseren Kunden eben auch bereitstellen und sagen, okay, fühl doch einfach mal, das ist jetzt ein Mahlgrad für eine Frenchpress oder fühl das mal, das ist ein Mahlgrad für eine Siebträgermaschine. Und das lässt sich einfach so sehr, sehr gut einprägen. Das kriegen wir auch immer so als Feedback mit. Das heißt, wenn ich dann zu Hause bin, dann habe ich das schon mal gefühlt und man kann sich dann sehr gut daran erinnern, wie sich das so angefühlt hat. Da habe ich so überlegt, okay, es wäre vielleicht auch einfach interessant, vielleicht mal 4 solche Proben mal zusammenzufassen und dass die dann einfach bestellbar mit im Shop sind. Das heißt, wenn ihr also eine Kaffeebestellung macht, dann könnt ihr einfach, sagen wir mal, diese 4 Probetütchen, die dann, sagen wir mal, diese 4 Mahlgrade repräsentieren, einfach mitbestellen kostenlos. Und ihr habt dann einfach die Möglichkeit, da mal zu fühlen, ob das denn jetzt so, dass das richtig ist, was ihr da zu Hause bei eurem Mahlgrad eben eingestellt habt. Ich will das auch noch mal gerne demonstrieren, wie wichtig das einfach ist. Also wenn ich jetzt einfach Wasser nehme und packe da einfach mal Kaffeeboden rein, dann seht ihr ja einfach, da passiert nichts. Und wenn ich jetzt das Ganze male und eine Oberflächenvergrößerung habe und das dann entsprechend einfach mal umrühre, dann sieht man ja einfach schon sehr schnell, dass sich dann entsprechend auch Kaffeebestandteile einfach lösen. Und je nachdem, wie fein ich das eben mache, wird einfach mehr gelöst. Es kann eben auch sein, wenn es zu fein ist zum Beispiel, dass dann Gerbstoffe mitkommen, die man nicht haben will, dass der Kaffee einfach bitter ist. Deswegen ist es einfach unglaublich wichtig, den richtigen Mahlgrad zu wählen, weil es ist wiederum zu grob, dann fehlen bestimmte Kaffeebestandteile und dann ist er einfach sauer. Und deswegen ist das Mahlen von Kaffee einfach so unglaublich wichtig. Also wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt, wenn ich das gerne mit anbieten soll, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Das heißt also vier Kaffeepröbchen mit den verschiedenen Mahlgraden, damit ihr dann einfach mal so einen Anhaltspunkt habt. Wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt.